Hallo ihr lieben Leute! Willkommen zu Let's Play Minecraft! Zerstörung! Einem neuen Projekt von mir! Und dem Domi und der Alina, die würden auch noch im Laufe des Projekts teilnehmen. Ich erkläre es nicht wie es geht. Ja genau, das ist ein neues Minecraft Projekt, da Minecraft ja so gut ankommt. Fängt diesen Monat jetzt halt an mit dem ersten noch nicht Domi. Drückt mal Start. Hier, wie ihr seht, haben wir schon Anfangssachen und es geht darum... Such mal eine Baufläche, Domi. Dass wir uns eine Stadt bauen, alle zusammen. Oh, andere Richtung. Nimm mal die Karte. Dass wir uns eine Stadt bauen und daneben bauen wir irgendeinen Atomreaktor. Und irgendwann, wenn wir Lust haben, jagen wir diesen Atomreaktor in die Luft und zerstören alles. Und da kommt noch ein bisschen Roleplay. Such mal auf der Karte. Ähm, diese Richtung. Menach! Das wird jetzt hier in einer halben Stunden Folge. Erstmal so... Oh! Au! 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 Ich hab schon... Ah! Kohle! Komm! Ich zeig mir schon mal die Kohle. Nicht sterben, ne? Bitte nicht mit Absicht sterben. Hast eine Hölle. Hä? Nicht reingehen, noch nicht jetzt. Komm mal einfach mit. Oh! Alter, nee! Wir gehen außenrum. Komm mal mit. Hier gibt's gar keinen außenrum. Das ist doch scheiße. Okay, warte. So. Mir nach. Wir können einen voll geilen Stadt bauen, ne? Und das meinte ich jetzt mal mega ironisch. Ach so, Anfangsbauholz haben wir. Ich entschuldige die Grafik heute. Boah, Sand. Komm, wir müssen Sand mitnehmen. Du weißt warum, gell? Für ein Fenster. Nein. Für TNT. Klingt doch Schießpulver. Es ist doch... Wir bauen doch ein Atomreaktor vor Woshima. Und dann geht alles in die Luft. Da brauchen wir ja Sand. Also snackt die mal ein bisschen. Was dauert so lange abzubauen? Das ist so nervig. Okay, weiter! Ich bin in der Strömung. Nee, nach. Komm, wo kamen wir? Von da. Okay, mir nach. Lalalala. 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 Das ist Eisen! Komm. Komm runter. Hier ist richtig viel Eisen. Woah! Ich kriege Schreck. Ah ja, wir haben aber Glück zum Anfang. Mhm. Richtig, richtig gut. Wie kommen die jetzt wieder hoch? Nein. Hochbauen. Bei einer Brücke bauen. Bau mal Steine ab und dann bauen wir uns hoch. Aber nicht mit dem Stein, die... Obwohl... Bau mal Steine ein bisschen ab und dann bauen wir uns mit unseren normalen Steinen ab. Hoch, oder? Bau ich einfach hoch. Okay, reicht. Hochbauen. Komm, bau dich hoch. Neben mir. Scheiß auf den Anfangsteinen. Ich hab jetzt Copies nur gesammelt. Und wo kamen wir? Hier lang. Ein Schwein! Essen ist meins. Ich bin eher friedlich. Hä? Ich bin doch sowieso friedlich. Hä? Nein. Hä? Ich bin doch sowieso friedlich. Hä? Ich bin das wie ein Zeichen. Ich bin echt... Ich bin echt leise. 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 Es ist echt leise. Das wollte ich ja einsteigen, wenn wir loslegen. Aber ohne Essensball ist es langweilig. Dann kann man ja gar fassen. Denn es ist ja fast zur unmöglichsten Sterben. Für ein Stück. Guck mal mit. Was ist denn Schaft? Ja komm mit, wir fallen doch ein Bett. Hier droppen Schafe noch keine Schafe. Fleisch. Komm einfach mit, wir haben gleich den Berger Klumpf. Wo bist du, du? Kann ich gehen. Natürlich kannst du gehen. Wie dumm bist du eigentlich? Komm einfach mit. Los, hier kann man doch nirgendwo bauen. Kommst du jetzt? Ja. Nicht runter gehen. Oh nein, geh da weg, geh da weg. Ich komme schnell hoch. Okay, warte. Komm, bist du da? Ich bin unten. Boah, bist du eigentlich so dumm, oder was? Du hast mich runter geschlagen. Bist du jetzt oben bei mir? Okay, jetzt gehen wir nach und nicht runter fallen. Boah, ich will gehen. Warte, ich muss mir kurz mein Essen holen. Ich habe kein Essen. Ach, ich habe mir jetzt ein bisschen überlebensgefragt hier in der Binde. Ja, hier können wir nicht weiter. Hey, da hinten können wir bauen. Siehst du die Fläche da? Mhm. Das ist so eine Kuh. Mach eins weiter, mach eins. Du musst dir selber schon essen, Sonne, ne? Ich versuche mal weiter. Ja, komm einfach, dann stellen wir unser Bett hinter auf. Wenn du stürzt, ist das auch nicht schön. Komm einfach nach. Die können wir auch Sand abbauen und sowas. Ich habe Leder. Das ist super. Komm hoch! Komm hoch! Hier, bauen wir. Warte, bauen wir mal diese ganzen... Die können wir gleich anbauen. Da unten können wir dann Essen holen. Stopp! Stopp! Alter, ich kriege da nicht, Junge. Das ist dir klar, ne? Wenn wir aus den Täniken packen. Warte, warte, ich baue mal kurz eine Werkbank. Stopp! Nicht selber Holz! Nein! Verspinde doch nicht alles das Holz! Wie dumm. Warte, hier, Crafting-Befehl. Stell mal hier dein Bett auf. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Neben meins. Warte, hier. Neben meins. Okay, warte. Ja, genau. Nee, passt schon. Du droppst da ja dann wieder. Ich baue mal uns mal kurz eine Kiste. Okay, hier fangen wir an, okay? Check! Wir bauen uns ein sehr erstes Kalisatom-Raktor-Kraftwerk. Ich will schlafen. Ich auch. Ich will erst noch was. Boah, halte, wie ich brate es, ne? Ich will schlafen, ne? Mal kurz einen Ofen. Oh. Ich habe uns mal zwei Ofen gemacht, ne? Okay. Ich habe ja schon Kohle, gell? Nein. Ja, ich brauche mal kurz unser Fleisch. Okay, schlafen wir. Boah, ein guter Anfang mit Eisen und so. Warte mal. Hast du noch Holzplanken? Ja. Gib mir mal ein bisschen Holz, dass der überflüssig viel macht. Warte. Gib mir mal fünf. Gut, reicht, 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 danke. Warte. Ich mache uns mal kurz neue Kohle. Zwei Bäume. Ja, warte. Geh mal nach da hinten aber und hol uns Bäume. Komm. Ja, erst mal. Ja, mach, mach. Nicht spitze, du meinst. Ach. Da tun wir alles unser Zeug rein. Das ist ein Tobela-Projekt, ne? Mhm. Boah, ich habe Fleisch, um zu essen. Ja. Warte, warte, komm mal her. Ich esse es mal selber. Warte, bleib mal da. Komm mal her. Komm mal her. Wo bist du denn? Ah, nicht da hinten, nicht da hinten, aus der anderen Seite. Lass mal, lass mal. Bitte. Okay. Wir teilen alles. Geh mal nach da drüben, mach nicht nur unsere schöne Insel kaputt. Nach da? Ja, nach da. Aber gib mir mal das Eisenschnecken. Ich brenne das dann schon mal. Und den Cobblestone. Oh, genau. Den normalen Stein. Geht auch. Den brenne ich auch mal schnell, ne? Boah, das wird so ein cooles Together-Projekt. Ich feier das. Du auch, oder? Du auch, oder? Ich brenne uns mal kurz normalen Stein. Mach mal unser Eisen alles rein. Ist so ein guter Start. Ist dir klar, gell? Ja. Komm mal wieder her. Ja? Wir fangen gleich ein Haus an und so. Erst mal eine normale Stadt anfangen. Deine Atomlagdorfer. Nur noch keine Samen. Wo bist du, komm mal her? Ähm. Hast du Bäume-Bausamen? Nein. Nein. Aber gib mir mal das Holz. Alles. Tu es mal in unsere Kiste, weil ich hab selber noch so. Wenn man... Alles, was... Äh, wenn... Guck mal. Wenn du was... Wenn du was hast... Ne, warte mal. Behalt mal die Sachen da. Behalt mal das alles. Aber wenn du was hast, das wir uns teilen, zum Beispiel Holz oder Eisen, dann tu es da rein. Aber... Alles andere halt im Übrigen Tag. Hast du noch nicht gegessen. Esst das andere auch noch. Das darfst du haben, gell? Ja. Ähm. Geh du mal da oben auf den Berg, da hinten hin und suche Essen. Geh du mal da oben hoch und suche Essen. Da oben. Und unten. Da oben hoch. Und unten. Da. Ich mach aufs andere bisschen mehr Zeit. Da unten. Und da oben hoch. Dann kochen wir auch schnell Steine Schwer. Hä? Man kann doch Steinen brennen, oder? Äh, ja. Warum geht das gerade noch nicht? Weil ich schon mit Planfest drin ist. Hä, wie kann man den zu... Achtung muss man abbauen. Sorry. Wir brauchen drei Höfen. Jetzt verstehe ich es. Also alles, was wir uns teilen, aber nicht diesen Sprengstoff und so, alles da rein. Wenn du Essen gefunden hast, komm zurück. Du siehst mich auf der Karte. Oh ja. Noch nicht essen. Egal, auch wenn du verhungerst, bring erst her, dann brate ich's. Noch nicht essen. Was? Du darfst es auf keinen Fall essen. Es ist zu wertvoll. Sorry, du hast mir jetzt gerade etwas beratschlagen. Wir brauchen weniger so sinnvoll kommentieren. Das ist ein Schwein. Ja, Kills. Aber... Und dann komm wieder her. Also Schweine, Kills, komm wieder her. Komm dann erstmal wieder her, nicht, dass du dich verläufst. Und tu die Kuh auch noch. Und das Leder tun in unsere große Kiste, wenn du wieder da bist. So, und jetzt komm wieder her. Fisch. Nein, lass die da stehen. Komm wieder. Nein, lass die da stehen. Komm wieder. So, jetzt haben wir drei Öfen. Ich tue das Leder mal in unsere Kiste. Spare mir auf. Was gehst du da so komisch? Ich suchte hier in unser Haus. Geh, guck doch auf die Karte, wo ich bin. Dreh dich mal. Du bist der Grüne. Nee, noch nicht essen, Ega. Geh vorsichtig runter. Weil du darfst noch nichts essen. Und dann komm zu mir. Jetzt sind hier schon zwei Schafe. Weißt du, was ich mal tue? Eine Schäle von mir. Hä? Eine Schäle von mir. Wie möglich wir uns einen Teppich leisten können. So. Ich opfere mal. Weil ich opfere. Etwas von uns im Holz. Und stücken. Hi Yomi. Du die... Oh, danke, danke, danke. Warte. Warte, warte. Gib her. Alles, was du hast an Fleisch. Dann hab ich dir schon wenig. Pass auf. Hier kommt unser Stall. Falls wir mal Tiere haben. Nicht töten! Wir können auch Tiere kriegen. Nicht töten. Ja, eben. Nicht töten. Nicht töten. Du verstehen. Kapisch? Mhm. Nicht töten. Ey, du hast mir schon alles essen gegeben? Äh... Ich hab nichts zu nehmen getan. Mach das Leder. Doch, mach das Leder mal in unsere Kiste. Hast du Leder an unsere Kiste getan? Oh, sorry. Du bist dann verhunger, ne? Ja. Ähm... Oh, da ist noch... Ach, Eisen. Nicer, dicer. Teilen wir uns gleich auf, gell? Mhm. Ich brenne das jetzt mal. Das Hühnchen tu ich hier rein. Oh, tu ich auch hier rein. Warte, komm mal, ja? Hier. Du kannst noch eins. Noch kein Eisenschwert machen. Okay. Steinschwert reicht. Ich fände nicht an Eis... Warte. Ich teile dieses Essen gleich auf, als fertig ist. Aber noch nicht raus. Da du... Da du... Wer ist ein Hund? Nicht angreifen. Warte. Bitte... Jetzt lass es, komm mal her. Dann... Schau. Komm her. Jetzt komm einfach her. Egal, was er gemacht hat. Und... Gönn dir hier... Dein... Essen, das du gefunden hast. Das ist mein Essen. Komm her. Ähm... Ich geb dir ne Aufgabe. Geh mal in Richtung da, wo du grade warst. Und suchst grüne Felder. Und dann... Bring Weizensamen her. Okay. So. Nicht in die Richtung! Da ist doch Schneebiom! Oder geh, wo du willst. Aber komm mit Weizensamen wieder her. Aber guck mal, aus denen kriegt man keine Weizensamen. Ich schläg uns hier oben ein Feld an. Okay? 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 Und du such... Grüne Fläche, wo du Weizensamen... Find ich. Und ich fang dann schon mal an, unser Haus zu mohren. Aber such solange, was du findest. Ey, was bin ich für den Bock? Boah, mir macht das jetzt schon mega Bock. Obwohl wir grade nur die Standardsachen und so machen. Wir auch, oder? Ja. Du bist einfach so funny. Funny! 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 Da kriegst du kein... Aus so einem normalen Gras kriegst du nicht. Du musst normale Gras... Oh! Komm wieder her! Komm wieder her! Es wird Nacht! Komm wieder her! Ich hab vergessen, du musst dein Bett am besten mitnehmen gleich. Aber wir legen uns da gleich erstmal hin. Bei uns. Du findest uns ja noch, ne? Ich opfange mal kurz den Sand hier. Opfange! Ich opfange! Das hört sich so falsch an, Liga. Ist noch nicht wacht. Ja, aber bleib trotzdem da. Und baust du am nächsten Tag ab. Ich hab zwei weiße Damen. Hä? Boah! Warte! Tu es in die Kiste. Ich komme. Nein! Ich bin unter Wasser. Ich bin nur nirgends so in Höhe da reingefallen. Alter. Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bist du? Ich seh deinen Namen schüttlich. Ah da! Leg dich hin! Leg dich hin! Leg dich hin! Leg dich hin! Nicht, dass wir ihm gleich alles in die Luft dran kriegen. Ganz knappe Situation! Ganz knappe Situation! Das ist so fisch! Okay, und jetzt bau das Bett ab und geh los und sammle noch mehr Weizen sammeln! Wo, wir haben Schaf! Lol! Nein! Nein! Bleib drin! Oh! Lass es mal offen! Ich kaufe noch einen Zaun. Nein, geh du weiter und sammle! Du weißt schon was. Das machen wir Schaf! Geh du weiter und sammle! Du weißt schon! Weiß ich noch! Ja! Bitte! Da! Oh, Spinne! Sind sie, ich habe gesagt. Ja, greif ich trotzdem an, wenn du siehst. Warum? Du willst einen Faden kriegen. Das ist auch gut für Stolper gerade und so und so. Ich habe alles Mögliche! Wenn du Nahrung siehst, bring Nahrung mit! Ja! Ich verliere gerade überhaupt Kanone! Ich auch nicht! Wir spielen aber auch nicht am Friedrich. Das haben wir auch nicht! Ich bin geschürfelt! Auf mehr als leicht spiele ich auch nicht! Das ist echt nicht! Ich bin ein Zombie! Ich bin wahrscheinlich bei dir! Ja, weil du da bei einer Höhle bist! Bring erstmal Weizen sammeln! Ich richte mir mal ein Feld her! Boah! Fast zu Ende! Noch 10 Minuten! Den hab ich nicht! Mir kam das ziemlich lang vor! Nee nicht! Sag mal einfach! Boah! Dieses Loch hier! Da bin ich reingefallen! Das bau ich jetzt zu! Alter! Nachts ist ja unmöglich! Nachts sieht man gar nichts! Nachts sieht man hier wirklich gar nichts! Und wenn man dann da reinfällt! Aber wir haben Steckfackeln gehabt! Okay! Ja, da! Wir haben Steckfackeln! Wir sind so dumm! Wir sind aber so dumm! Ich liebe es, wie dumm wir sind! Ich stell dir mal Holzpfosten auf! Wo wir Fackeln drauf platzieren! Okay! Mhm! Dann war auch immer erkennt, weil... Wo ist dein Bett dabei, ne? Ja! Ja! Da hab ich ihn erneint! Eben! Schwimm nur, falls es Nacht wird! Wenn du 10 Weiten Samen hast, dann komm wieder! Und am besten find eine Grünfläche! Ich hab 5! Ja! Sammel 10! Und am besten find eine Grünfläche und krieg Nahrung mit! Auch wenn wir grad keinen Nahrungsmangel haben, aber trotzdem! Ich hab Schweine! KISS! Schweine sind bei mir nicht erlaubt! Auch das von Edgar! Später werden wir Vegetarier! Ich schwör dir! Weil ich mag Edgar's! Soll ich die Schafe killen? Nein! Schafe droppen gar keine Zweifel zu schaffen! Schafe so zu sagen! Ja, wir brauchen keine Wolle! Wir haben ein Bett! Wir brauchen erst Wolle, wenn wir den Teppich holen! Wolle und Bilder! Was auch immer! Ist mir doch egal! Ich fack mal, falls ich sterbe! Meine Sachen nicht wiederfinden! Fack ich mal ein bisschen! Facken rein! Ich pflanze mal Weizen da! Wir machen echt gutes Teamwork, ne? Fack dir, wie unsere Web bei der 10. Folge aussieht! Ja! Du schimpfst voll voll Assi! Wo ist unser Feld? Aber guck mal! Wir haben schon voll viel geschafft! In 22 Minuten haben wir richtig viel geschafft! Wir haben schon Eis im Grunde! Und wir haben richtig fettes Feld! Auch wenn man nicht viel drauf ist! Wie viel hast du? Nein, 10! Komm wieder her! Ganz schön weit weg! Hm? Ganz schön weit weg, genau! Wir haben immer noch keine Grundfläche gefunden! Das hat so unser Nachteil! Ich gucke hier auch noch mal ein bisschen! Ich gucke hier auch noch mal ein bisschen! Boah, ich hab auch noch mal einen! Das haben wir viel mehr andere Sachen! BAM! Oh Mann! Das ist nicht so gesplittert! Da ist ein Schwein! Komm her! Ja, okay, das Schwein noch! Da ist Edgar! Ja, kill eigentlich! Das ist nicht Edgar! Das ist nicht Edgar! Das ist nicht Edgar! Das ist nicht Edgar! Ja, gerne! Die heißen so! Boah! Wenn ihr das Projekt auch feiert! Genauso wie wir! Dann schreibt mal! Hashtag! Ich feiere dieses! Feiere! Dieses Projekt! Wisst ihr was ich jetzt gleich feiere? Ich hab wohl... Oh! Ich feiere das auch mal! Nimm Kohle! Nimm Kohle! Wir brauchen Kohle! Und dann komm her! Dann komm her! Du... Du... Ess mal was! Du farm die Kohle ab und dann isst! Als ob ich jetzt feiere! Unser erstes TNT! Echt? FUNF TNT!!!! Wollen wir hier gleich einen Atomlektor bauen? Bei mir! Tja! Alter, dieses Projekt ist so krank! Warte, ich bau den Atomraker mal woanders. Der soll ja größer werden. Soll ich eine eigene Plattform für den Atomraker bauen? Ja, ja. Dann wollen wir den gleich hier oben bauen. Ich bau den gleich hier oben. Boah, du hast jetzt schon richtig viel Fleisch mit. Komm mal her. Schnell beeil dich mal. Komm doch hier hin. Das hier ist Ehren. Komm her. Wollen wir uns eine Eisenbahn bauen? Wir können ja voll einfach Eisenbahnschienen bauen. Ja, das sieht so aus wie Holz. Ist ja auch Holz. Echt? Ja, wir wollen auf Kampagne. Das ist so toll. Guck mal, wir können uns ja... Wollen wir uns später mal ein Eisenbahnnetz bauen? Können wir. Dieses Projekt wird so geil. Es ist schwierig zu bauen. Nein, komm mal hier. Das ist doch nicht schwer. Und hier aktivieren. Und Boosterschienen ist auch nicht schwer. Das ist doch nicht schwer. Ich bin zu Hause. Ja, komm her. Und ess verdammt noch mal was. Ich bin aber nicht. Doch, du bist voll hungrig. Komm mal her. Und leg das Essen und die Weißen sammeln in die Truhe. In die Truhe! Und iss das gleich. Und leg die Kohle! Die Kohle? Die Weißen sammeln? Die Kohle da? Das leg ich in die Truhe. Hey, kenn mir mal das Kampagne, Paula. Brauch ich noch mal ein Tee-Tee. Und den Sand. Gib mir mal auf. Und den Sand auch. Und der Erdeteke war auch wie Holz. Danke. Hey, Erde sieht doch nicht aus wie Holz. Das ist Erde. Nicht das, was du gerade genutzt hast. Was hab ich dann gehört? Eichenholz! Das wäre vollste Holz, was es gibt. Du Spachmat! Aber da habe ich dann vergessen. So dumm. Warte, das Rest des Schießkörnern mach ich da rein. Oh. Wasser hier hoch. Na lass es! Lass es! Was war da? Ruh mal mehr Holz. Gegenüber. Gegenüber. Da hinten im Wald. Geil nach. Hä, was machst du da? Warum setzt du da Holz? Jetzt holt Holz. Jetzt holt Holz. Von da drüben. Ein Stack. Ein Stack. Ja, ein Stack. Ja, ein Stack. Das war von mir. Ich muss nicht. Oh, und hol Nahrung. Ich hab grad eine Kugel. Also, die Nahrung. Ist immer schwer dich zu beschäftigen, ohne dass du irgendein Unse machst. Weil Unse machen wir jetzt, wenn wir den Raton hat, hol in die Luft. Ja, ich hab auch. Ja, ich hab auch. Es wird sowieso das Geilste an dem Projekt. Ich frag mich, wie lange die Folge geht. Hä? Ich frag mich, wann wir den ersten neue Atomreaktoren gebaut haben. Ja, ich fang ja gleich an. Noch nicht aufgefallen? Ja. Da ist ja gut. Hä? Ich bin jetzt dabei, den anzufangen. Wir beenden die erste Folge ja eh gleich in zwei Minuten. Hol Holz, bis wir die Folge beenden. Und Nahrung. Und nächste Folge kommt wieder her. Hier brauche ich den Atomreaktor, okay? Einfach mal. Wir haben noch nicht mal eine Stadt an. Wir haben noch nicht mal ein eigenes Haus. Fang den Atomreaktor an. Wir müssen ganz viele Creepertüten nachts für mein Haus haben. Wir brauchen ja richtig Übelzwigern, Paula. Hä? Deswegen sammeln wir ja Leder in der Truhe. Äh, wenn die Zuschauer es erlauben irgendwann mal, dann können wir ja auch ab und zu mal Gump oder Cheaten. Wenn die Zuschauer das wollen. Soll ich den Atomreaktor Stein bauen? Ich liebe TNT. Ja, TNT kommt in die Mitte rein. Hol du mal lieber Holz und Nahrung. Ich hab schon 32. Ja, hol einfach bis die Folge zu Ende ist. Okay. Hm? Oder bis meine Axt kaputt ist. Ich baue mal ein kleines. Die Folge ist ja gleich zu Ende. In ein paar Sekunden. Machen wir dann noch eine. Machen wir dann noch eine. Machen wir dann noch eine gute Frage. Erstmal nicht. Okay. Wo haben wir es denn? Nee, erstmal nicht. Oder doch, oder? Ja gut, dann machen wir dann noch eine. Ausnahmsweise. Schaffen gehen! Okay, damit beenden wir jetzt die erste Folge von Minecraft Zerstörung. Wenn es euch gefallen hat. Du hast doch da ein Bett. Also wegge ich jetzt mal schnell hin. Wenn es euch gefallen hat, dann macht auf jeden Fall einen Like da und vielleicht auch einen Apo. Wäre ganz nett, wenn ihr es cool findet. Und bleibt auf jeden Fall dran. Bis zum nächsten Mal von Matsu Minecraft Zerstörung!